So Führers, heute gibt es mal einen Test, der römischen Mischter von Funke mit 10 Schuss in 5 verschiedenen Farben. NEM 6 Gramm. So, das ist nur so. So, wir machen erstmal ein einzelnes. Schöne Farben. Schöne Farben. Die sind auf jeden Fall besser als die heutigen. Aber die Zeit wird doch nicht so sonderes. Ne, eigentlich nicht. Die sind bestimmt teuer. Ne, die 10 Schuss kosten so wahrscheinlich 5 Euro. Für 10 Stück. Billig ist es auf jeden Fall ne, aber... Auf jeden Fall ist es auch ganz schönes Papier. Ja, das stimmt. Geist richtig schön. Halt an.